Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge ARC4DUR und wer gestern bis zum Ende geguckt hat, wird sehr gespannt sein, was jetzt passiert. Sumsie weiß nämlich gar nicht, was jetzt passiert und Sumsie freut mich jetzt einfach mal. Weiß nicht, ob Sumsie das tun sollte. Ja, tu es. Tu es. Ich ahne es. So, Challenge, Sumsie. Okay, derjenige, der von uns es schafft, ein höher-leveligeres Ei hier rauszuschaffen, das höher-leveligere gewinnt. Mhm, ich hab mich gerade daran erinnert, dass du hier das letzte Mal so, nö, 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 ich will hier aus, nö, nö, nö. Ach ja. Oh, ich bin infiziert. Ich hatte das Modus erwischt. Oha, hier sind einige Wimpern. Du meinst ne, äh, Onyx. Ja. Au, 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 au. Blitzwürfern tun dem das Modus weh. Ja. Alter Schwede, ja und wie. Oh, 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 oh. Die dürfen nicht zum Blitzen kommen, alter Schwede. Ja, aber die das Modus heilen sich ganz gut, sobald sie Bloodpacks haben, ne? Ja, also, ich hatte nur, glaub ich, gar keine dabei, aber, weil ich sie gecrayot hatte vorhin. Okay, 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 okay. Die dürfen nicht zum Blitzen kommen, das ist das Einzige, was du machen kannst. Ja, wenn du dich mit denen im Kreis drehst, dann geht das eigentlich. Ja, das versuch ich gerade, ich hatte gerade drei Stück hier. Moment, das Modus ist gleich los. Heil dich gefälligst, das Modus! Ich bin bei dir, lass es, ja. Ja, das passt schon. Vor allem, ich hab den auch noch angetitscht, wegen diesem Gift-Buff. Ah, okay. In des Modus. Du meinst von den Onyx? Äh, ja, von den Onyx. Diese Krankheit. Alter! Ja, dann steck mich, steck mich nicht an. Oh, ich hab drei Level bekommen. Ich hab gerade hier an die Wand, Wand geklebt hier. Stimmt, das geht hier ja auch. Das geht hier auch. Alter, die haben ganz gut hingelangt, muss ich sagen. Ja. Also ich glaub, das wird ganz witzig. Nein, wird's nicht. Doch, doch. Doch, doch. Nein, wird's nicht. Doch, ich find's, ich find's ja jetzt schon witzig. Und ich glaub, die Zuschauer auch. Ja? Nein. Danke. Okay. Alter Schede. Wahrscheinlich werden die Eier alles beulen. Okay, da hängen zwei Stück oder so. Ich schieß erst mal mit der Dings drauf. Oh, sie kommen. Das war geblitzt. Okay, ihr habt drei. Ja, ja, ich bin hier. Haben wir, ja, das ist gut. Jetzt haben wir keinen Maidboost, weil wir beide Männchen haben. Hä? Ach so. Blitzdingsen. Okay, schade. Schade, schade. Ja. Nee, nee, aber zu zweit kriegen wir die relativ schnell down, würde ich sagen. Mhm. Beziehungsweise auch beschäftigt, dass die uns nicht blitzdingsen, ey. Ja, wenn die ein bisschen auseinandergezogen werden, haben sie auch keinen Maidboost mehr. Nee. Warte, komm schon. So, so ist schon eh schon fast tot. Ich habe übrigens mittlerweile, beziehungsweise mir wurde verraten, dass die das Modus sich nachts unsichtbar machen können und, äh, dass sie so nah sind. Wir sind auch Idioten. Wir könnten uns doch hier auch nur unsichtbar machen versuchen, oder nicht? Ja, aber es ist nicht nacht. Wird's nicht nacht? Ja. So, da ich sehe, auf jeden Fall, ey, ich bin auch gar nicht bereit. Warte, gefällst du auf mich, wenn du etwas auch immer du tust. Schieß auf den. Aber das ist so ein Typchen, ne? Also. Hm. Okay, das funktioniert gerade richtig gut. Hier ist ein Ei. Ups. Ich guck mal hier hinten noch in der Ecke, wo der Wasserfall ist, aber da ist scheinbar keins. Oh, das verdirbt nicht, ne. Hier ist auch ein Ei. Level 185, du musst das erstmal schlagen. 170. 170. Wie können wir so ein Glück haben hier? Was ist denn los? Einmal hinten reingucken, ne? Hier ist noch ein Nest. Hier ist aber kein Ei drin. Hä, ich hab schon gedacht, was ist das für ein Glück, dass die nicht spoilern? Da ist ein Ei. Ich sehe eins, ich sehe eins, ich sehe eins. Wie kann das sein, dass die nicht spoilern? Und dann auch noch, ey, solche Prachtexemplare von Eiern, ey. Ey, aber hier ist viel weniger los als in der Feuerwehrwarnschlucht. Das ist ja viel leichter, als ich dachte. Ich komme hier gerade, ich kann hier gerade nicht landen. Jetzt kann ich landen. Achso, ich wollte gerade sagen, sonst nehme ich das auch gerne, also. 170er, 270er. Ey, wie geil ist das denn? Das ist mal zu toppen. Ich hab ein 185er, also wir hatten gesagt, wer das zu höhere... Du hast nur eins. Ja, aber wir haben gesagt, wer das zu höhere Level hat und das, äh, das bin definitiv... Chat, was sagt ihr dazu? Hab ich gewonnen? Ich hab zwei. Nee. Ich hab 185. Ich hab 185. Das, äh... Du kannst aber nicht zwei gleichzeitig reiten, also nützt dir das nix. Puh! Sumsi, wir haben mal eben gerade voll die geilen Blitzwürfern, äh, eigentlich... Ja, ohne zu sterben. Ich bin begeistert. Wieso, was ist das hier eigentlich für so eine miese kleine Mini-Kammer? Da bin ich von erst reingeflogen, da war aber nix. Ähm, aber weißt du, was jetzt, weißt du, was jetzt unser großes Problem ist? Was, wir brauchen Wiffernmilch. Nee, ich hab gedacht, das wird jetzt voll die coole, lange Folge, in der wir hier Dinge sammeln und so, wir haben erst sechs Minuten. Äh, das war Aufregung für zwei Folgen, hallo? Ja, aber ich würde sagen, wir nutzen den Rest der Folge, um, ähm, erst einmal, äh, wir pausieren wahrscheinlich in der Zwischenzeit, um die ganzen Wege zu sparen. Wir, äh, pausieren kurz, fliegen in der Zwischenzeit, äh, zu, zur Vulkaninsel, beziehungsweise räumen einfach meine Inventare, unsere Inventare aus. Fliegen zur Vulkaninsel, gehen Milchmopsen, ich hab zwar noch drei Milch, aber ich hab auch noch ein paar Babys draußen. Ähm. Ja, ich auch. Ähm, mopsen, mopsen ein bisschen Milch, äh, im Rest der Folge und, ähm, dann kriegen wir das Ganze schon hin, würde ich sagen, ne? Jut, jut! Können wir uns nicht nochmal hier das, ähm, das, äh, dieses, äh, versteinerte Wesen angucken? Äh, das hab ich mir alles schon angeguckt, auch, ähm, in der Folge. Könntest du dir gerne nochmal angucken. Ich pausier die Folge mal, dann können wir gleich ein bisschen ausräumen und so und wir sehen uns gleich wieder. Ja, so nicht gut aufgepasst, ja. Doch, mit dem Wiffern hab ich mitgekriegt. Hm. So, dann, äh, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. So, da sind wir wieder diesmal aus der Wiffernschlucht hier, äh, bei den Feuerwiffern. Und wir suchen uns jetzt Mädels zum, äh, schlafen legen. Flach legen. Zum Schlaf legen. Wir fragen sie, willst du mit mir schlafen? und dann... Nein, das tun wir nicht, aber... Deswegen werden die Sauer folgen uns dann und dann müssen wir... Der Tecrix hier, ein 30er Tecrix. Ja, die Farbe ist Hammer, die habe ich die Tage auch schon gesehen. Dann werden die Sauer folgen uns und dann legen wir sie einfach mit Betäubungsmitteln... Macht man das nicht so? Ja, nein. Eine 165er. Da sind zwei kleine Männchen und eine große. Ein großes Weibchen. Ich versuche mal ein Männchen ein kleines anzuschließen. Die Männchen sind dabei ja Lobobs, die können wir ja töten. Ja, die müssen wir ja je töten. Die nerven sonst nur. Nö, wenn du dir so eine Weibchen so rausgezogen hast, dann passiert auch nichts. Nö, nö, ich schmeiße den Kampus. Wurde ich da hin? Ja, pfff, du. Das sind auch nur Wibbern, ne? Also, das sind... Ach, hast du den Respekt vor Wibbern verloren, oder was? Ehrlich gesagt, seitdem wir die des Modus haben, ist das... Aber es ist auf eine gute Art, also es ist jetzt nicht so, dass du denkst, die sind jetzt so... Ah, ist das der große... Oh, ich habe ein 165er Mädchen. Die zieht mal. Ja, das meinte ich ja. Das hatte ich eben schon. Okay, dann ist das hier ein Männchen, dann mal hier mal... Aber die ist heiß. Die ist ganz schön heiß. Also die ist was zum Flachlegen. Was labern wir hier eigentlich? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Komm, Pupup. So. So, sehr schön. So, wolltest du auf den Kappel mit reinkommen, liebe Wibbern? Ja, Wurde. Oh, ja, aber sie ist auch direkt wieder mit raus. Die war ein bisschen... Die war ein bisschen flott unterwegs hier. Die war ein bisschen sehr flott unterwegs. Und jetzt legt sie sich hier mit den Nachbarn an. Komm da, hier, komm. Ja, die steht mehr auf Tracks. Nein, 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 nein. Scheiße, wir müssen hier den Rotz wegmachen, sonst ist sie die ganze Zeit hier am rumeiern. Jetzt habe ich sie, glaube ich, ne? Nö. No. Du aber, glaube ich. Nö, jetzt hat Stego. Komm. Ja, du hast mich ged... Nein, du hast mich nicht gedrückt. Okay. Stego sollte sie sich nicht anlegen, weil das machen... Die machen sie gut. Sie müssen eigentlich alles töten, was hier ist, ne? Ja. Fressen kann sie sich ja gerne. Dann können wir wenigstens auf sie draufschießen. Das geht auch, aber die fliegt ja irgendwann weg. Nicht, wenn sie da drin backt, also. Okay. Ui, 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 ui. Ist aber wirklich heiß, ne? Sie hat schon ab. Jetzt ist der Agro auf dich. Können wir sie ziehen? Ja, aber du musst aufpassen, dass du sie auf der richtigen Seite reinziehst, ne? Nee, ich versuch sie, ich versuch sie erst mal in der Höhe zu ziehen. Weil vielleicht kannst du sie sogar von hier aus reinziehen und dann aber oben rausfliegen. Ich weiß nicht, ob das... Ich guck mal gerade, ob der Smodus da durchpasst, ne? Ja. Dass du halt nicht das Tor für den Ausgang nutzt, sondern oben raus. Also in Greif passt sie nicht durch, aber in der Smodus, wenn du direkt hochziehst, dann... Ja, klar, der Smodus passt durch, auch ohne dass das Tor aufgeht. Hoch, hoch, hoch! Hoch, hoch, hoch! Andere Seite, ne, dann nimm die andere Seite. Nimm die andere Seite. Okay, okay, okay. Was? Ich hab mein Fjorda weggeschmissen, scheiße. Nee, ich hab meinen weggeschmissen. Was? Okay. Das ist meiner. Naja, ich hab nur einen. Ups. Ich hab mein Fjordaar irgendwo. Ich soll da rein! Nein, nein, ich geh da nicht rein! Hier, komm, wir waren. Sie hat keinen Bock auf mich, glaub ich. Komm, nur ein bisschen kuscheln! Ja, okay, sie hat die Acker auf mich. Ja, kuscheln, du hast richtig gehört. Ah! Kuscheln. Oh, nee, sie hat... Ah, sie hat die Acker auf mich. Ich muss hinterher. Versuch zur Seite oder oben raus. Ja. Perfekt. Ja, perfekt! Mach's aber einen auch heißen hinter, nee. Hella die Waldfee, du. Kleines Biest. Vielleicht auch ein ziemlich großes Biest. Ja, sie mag mich. Ja. Merkt man, ne? Und die nur so verdammte Kacke. Ich krieg euch, ich krieg euch! Wir machen auch so dumme Sprüche hier. Wie heiß sie ist und so. Na komm, du schlieb... Mach die da. Na komm. So langsam solltest du... Meine zählen gerade irgendwie nicht, so als würde ich gar nicht schießen. Jetzt... Jetzt hast du mal wieder getroffen, ja. Also ich hab voll draufgezogen, es konnte gar nicht daneben sein. Aber... Ja, auf dem Boot kannst du gerne deinen Feuerhauch machen. Kannst auch mal umfallen, nur langsam. Ich mach grad diesen Ladebuck. Mhm. Ja. Ah! Got it. Ja. Machen wir sie weg, oder? Dann sind wir sie wieder frei. Hm, ich will sie wegmachen. Oh, da hinten fliegt noch eine andere. Wegmachen und versuchen noch eine zweite. Oh, eine 150er-Mähl fliegt da hinten rum. 90er, weiblich, eine 60er-Mähl. Hm, die... Große da hinten müssten wir vielleicht wahrscheinlich sogar wegmachen, weil wir die andere sonst nicht gezogen kriegen. Hier rechts. Warte, ich versuch mal. Die untere ist die, ist die weibliche, aber da links von dir ist noch eine kleinere, männliche. Ja, ich zieh die hier halt, aber das tut schon. Wenn wir die andere haben, dann fressen wir den anderen halt, also. Ja. Ich hatte auch schon jetzt mehrfach zwei drin und dann, ähm, hab ich eine abgeschossen oder so. Das ist... Ja. Drinne. Scheiße. Beide raus. Shit. Okay. Welche habe ich? Welche hast du? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe das Männchen. Achso. Warte, ich habe Zeit zu gucken. Ja, ich habe das Mädel. Ich mache das Männchen weg. Ja. Mädchen ist drin. Ja, ich mache das Männchen hier kurz weg. Alleine kurz. 175er. Ja, Tor ist zu. Gehen. Ja, komm. Boah, die ist auch sehr witzig gefärbt, die 175er. Wir müssen gleich nochmal in die Schlucht und nach Eiern gucken. Aua. Das ist heiß. Heiß. Ja, alleine. 165er, 175er. Ja. Da könnten gute Eier sein. Könnte, ja. Und da ich vor zwei Tagen gerade erst welche geklaut habe, sollte das auch, sollten die auch nicht spoilern, wenn man sie ins Metall nimmt. Momentan sind, habe ich sowieso das Gefühl, dass relativ häufig irgendwo, wenn Eier gemopst werden. Ja, Fischer-Mopst, ziemlich viel Eier. Ist sie schon down? Ja. So, ich würde aber gerne die Milch einmal zurückbringen. Ja. So, und wir haben die Folge voll gekriegt, ne? He-he. So, ganz spontan mal eben hier Blitzeier gemopst und Milch dann noch hinterher. Äh, ja, wir sehen uns dann bei einer neuen Folge wieder. Und, ähm, hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke so, um sie fürs Quatsch mitmachen. Ja, ja. Bis morgen. Ich bin ja eigentlich immer dabei, Quatsch mit dir zu machen, ne? Hier. Eigentlich. Ja, eigentlich. Bis dann. Tschüüü. Tschüüü. Tschüüü.